Ich grüße euch, mein Name ist Nikolaj Alexander. Heute wollen wir uns mal mit den Stalin-Noten befassen. Das ist ein sehr elementares Thema, das ich schon länger einmal ansprechen wollte und jetzt nach dem Video zur Niederlage und Besatzung Deutschlands passt das sehr gut rein. Also, wie wir festgestellt haben, wurde Deutschland besiegt und nicht befreit, sondern besetzt. Die Besatzung eines besiegten Staates ist ein normaler Vorgang und da diesem Vorgang ist, und das haben natürlich wieder mal einige falsch verstanden, auch prinzipiell nichts auszusetzen. Auszusetzen ist nur etwas daran, dass die Deutschen mit naiven, gutmenschlichen, träumerischen Druckbildern durchs Leben gehen, denn aus einem solchen falschen Denken werden immer falsche Handlungen entspringen. Deshalb müssen diese Dinge richtiggestellt werden, um uns zu befreien. Also, Deutschland wurde besetzt und büßte seine Souveränität ein und in einer angeblich zivilisierten Welt würde man davon ausgehen, dass dann ein Friedensvertrag mit der Regierung des Verlierers ausgehandelt wird, in dem bestimmte Bedingungen wie zum Beispiel Reparationszahlungen, Abtretung von Territorien und in diesem Fall eine Verpflichtung zur Entnazifizierung und Demokratisierung festgelegt sind und die Regierung bzw. die Organe des Staates haben diese Auflagen zu erfüllen und zur Sicherstellung der Erfüllung dieser Auflagen bleibt das Land für einen bestimmten Zeitraum militärisch besetzt. Vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre oder zwanzig Jahre, je nachdem. Und dann ziehen die Truppen des Siegers wieder ab und das Land ist dann wieder frei. Mit Deutschland verlief es allerdings anders. Man verhaftete die Regierung Dönitz, machte das Deutsche Reich und seine Organe damit handlungsunfähig, fror es quasi ein und errichtete dann auf diesem tiefgekühlten Deutschland irgendwelche alliierten Konstruktionen, die da irgendwie so vor sich hin wurstelten. Und nach sieben Jahren, in denen sich Deutschland in diesem Zustand befand, ließ Stalin den Westmächten eine Note übermitteln, in der er die Schließung eines Friedensvertrags und die Wiedervereinigung anbot. Inhalt der Note war folgender. Die Sowjetunion hält es für notwendig, die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika darauf aufmerksam zu machen, dass, obwohl seit Beendigung des Krieges in Europa bereits etwa sieben Jahre vergangen sind, immer noch kein Friedensvertrag mit Deutschland abgeschlossen wurde. Um diesen unnormalen Zustand zu beseitigen, wendet sich die Sowjetregierung, die das Schreiben der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik mit der an die vier Mächte gerichteten Bitte um Beschleunigung des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland unterstützt, ihrerseits an die Regierung der Vereinigten Staaten und an die Regierungen Großbritanniens und Frankreichs mit dem Vorschlag, unverzüglich die Frage eines Friedensvertrages mit Deutschland zu erwägen, damit in nächster Zeit ein vereinbarter Friedensvertragsentwurf vorbereitet und einer entsprechenden internationalen Konferenz unter Beteiligung aller interessierten Staaten zur Prüfung vorgelegt wird. Es versteht sich, dass ein solcher Friedensvertrag unter unmittelbarer Beteiligung Deutschlands, vertreten durch eine gesamtdeutsche Regierung, das hätte eben eigentlich die Regierung Dönitz sein müssen, die verhaftet wurde, ausgearbeitet werden muss. Hieraus folgt, dass die UdSSR, die USA, Großbritannien und Frankreich, die in Deutschland Kontrollfunktionen ausüben, auch die Frage der Bedingungen prüfen müssen, die die schleunigste Bildung einer gesamtdeutschen, den Willen des deutschen Volkes ausdrückenden Regierung fördern. Um die Vorbereitung des Entwurfs eines Friedensvertrages zu erleichtern, legt die Sowjetunion ihrerseits den Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs den beigefügten Entwurf für die Grundlagen eines Friedensvertrages mit Deutschland zur Prüfung vor. Die Sowjetunion schlägt vor, diesen Entwurf zu erörtern und erklärt sich gleichzeitig bereit, auch andere eventuelle Vorschläge zu dieser Frage zu prüfen. Die Regierung der UdSSR rechnet damit, in kürzester Frist eine Antwort der Regierung der USA auf den oben erwähnten Vorschlag zu erhalten. Gleich lauten den Noten hat die Sowjetregierung auch an die Regierungen Großbritanniens und Frankreichs gerichtet. Daraufhin folgen noch entsprechende Punkte zur Entwicklung eines Friedensvertrages. Dieser sollte aus Sicht der Sowjetunion folgende Punkte beinhalten. Deutschlands Einheit wird wiederhergestellt, sämtliche Besatzungstruppen haben das Land innerhalb eines Jahres zu verlassen, sämtliche ausländische Militärstützpunkte auf dem Territorium Deutschlands sind zu liquidieren. Deutschland verpflichtet sich, keinerlei Koalitionen oder Militärbündnisse einzugehen, die sich gegen irgendeinen Staat richten, der mit seinen Streitkräften am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat. Deutschland werden für die Entwicklung seiner Friedenswirtschaft, die der Hebung des Wohlstandes des deutschen Volkes dienen soll, keinerlei Beschränkungen auferlegt. Es wird Deutschland gestattet sein, eigene nationale Streitkräfte zu besitzen, die für die Verteidigung des Landes notwendig sind. Das alles klingt aus deutscher Sicht fast wie ein Sechser im Lotto. Zwar sollten nach sowjetischer Auffassung die Ostgebiete dauerhaft abgetrennt werden, und natürlich stellen verschiedene dieser Bedingungen eine Einschränkung der Souveränität dar, aber eine so geringfügige und für uns vorteilhafte, dass man da eigentlich nicht Nein sagen konnte. Aber genau das tat der Kanzler der Alliierten, Konrad Adenauer. Er hatte keinerlei Interesse an diesem Vorschlag. Jetzt könnte man Adenauer insofern entlasten, dass man sagt, na gut, als von den Alliierten eingesetzte Marionette hatte der sowieso nicht viel zu melden, und so war es ja dann auch, die Note war an die Westalliierten gerichtet, und diese antworteten auch dementsprechend, ohne dass Adenauer dabei eine wirkliche Rolle gespielt hätte. Aber, nichtsdestotrotz hätte er doch, trotz fehlender Befugnisse, diese Note begrüßen können. Hat er aber nicht. Es gibt keinen Ausspruch Adenauers, der lautet, dieses Angebot der Sowjets ist ein Segen, und ich wünschte, wir könnten es annehmen, aber wir haben keine Befugnisse. Es gibt auch keinen Ausspruch Adenauers, der lautet, dieses Angebot der Sowjets ist ein Segen, und ich wünschte, es wäre ernst gemeint, ist es aber nicht. Nein, sondern Adenauer war von vornherein dagegen, denn aus seiner Sicht war die Westintegration wichtiger als die Einheit Deutschlands. Von der Neutralität ganz zu schweigen, die lehnte er ja vollständig ab. Und in diesem Sinne ist auch sein berühmter Ausspruch, lieber das halbe Deutschland ganz, als das ganze Deutschland halb, zu verstehen. Lieber das halbe Deutschland unter totaler Kontrolle des Westens, als ein geeintes Deutschland, in dem der Westen nur noch beschränkte Befugnisse haben würde. Und insofern hat Adenauer vorbildlich dem Willen unserer Westalliierten Peiniger entsprochen. Aber aus deutscher Sicht ist Adenauer natürlich ein Verräter. Er opferte die Chance auf ein geeintes und freies Deutschland zugunsten der imperialistischen Interessen des Westens. Und sein Verrat wiegt umso schwerer, da Einheit, Freiheit und Friedensvertrag bis heute nicht erreicht worden sind. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei dieser Entscheidung, der Stalin-Note keinerlei Beachtung zu schenken, um eine der tödlichsten und zerstörerischsten Entscheidungen der gesamten deutschen Geschichte. Faktisch wurde 1952 die Chance auf Einigkeit und Freiheit auf den Müll geschmissen. Und das ist natürlich denkbar schlechte Publicity für die Anglo-Amerikaner, für die Bundesrepublik und für Adenauer. Aber das Schöne daran, wenn man der Sieger ist, ist, dass man beliebig unvorteilhafte Passagen streichen, vorteilhafte Passagen hinzudichten und mit der Deutungshoheit alles so verdrehen kann, dass diese negative Publicity neutralisiert wird. Und das hat man auch gemacht. Wir haben nämlich nicht einfach eine Sieger-Geschichtsschreibung, sondern vor allem eine NATO-Geschichtsschreibung, in der der Westen immer als gut, ehrlich und freiheitlich dargestellt wird, wohingegen Deutschland und Russland die beiden großen Übel der Welt darstellen, die einer entsprechenden Behandlung bedürfen. Aus diesem Grund wird man in der Lügenpresse deutsche Untaten in maximaler Ausführlichkeit geschildert vorfinden, sowjetische Untaten in weitaus geringerer, aber signifikanter Ausführlichkeit und westliche Untaten schlicht und einfach gar nicht. So wurden die Opferzahlen der Rheinwiesenlager und der Bombardierung Dresdens schlicht und einfach brutal gefälscht. Und während man von den Rheinwiesenlagern in den Medien praktisch gar nichts hört, finden sich bezüglich Dresden noch immer wieder einige Psychopathen, die Gründe anführen können, warum dieser militärisch sinnlose Massenmord an Zivilisten doch irgendwie gerechtfertigt gewesen sei. Und damals wie heute ist es immer das Gleiche. Auch im 21. Jahrhundert kann der Westen, zum Beispiel im Orient, im Namen von Freiheit und Demokratie nach Lust und Laune morden, ohne dass es eine ernsthafte Kritik seitens der Lügenpresse daran geben würde. Die Verseuchung Hunderttausender von Menschen durch Uranmunition zum Beispiel wird heutzutage genauso totgeschwiegen wie die Rheinwiesenlager. Und in diesem Sinne kann sich jetzt jeder einmal die Frage stellen, ob in seinem Schulbuch etwas von den Stalinoten stand oder wann er das letzte Mal einen Bericht im Fernsehen gesehen oder einen Artikel in der Zeitung über die Stalinoten gelesen hat. Und wir stellen ein weiteres Mal fest, gähnende Leere. Das ist wieder so ein Thema, das einfach totgeschwiegen wird. Die Lügenpresse und ihre Lakaien würden natürlich sagen, aber Moment mal, da gab es doch vor einigen Jahren irgendwo mal ein kleines Artikelchen zum Thema. Seht ihr denn nicht, wie aufrichtig wir sind? Und das ist wahr, im Rahmen des Konzepts der weichen Diktatur wurde dahin und wieder mal ein kleines Artikelchen veröffentlicht, irgendwo, wo es keiner findet, damit man sich hinterher herausreden kann. Und so wissen 99% der Deutschen eben nichts von den Stalinnoten, genauso wie sie nichts vom Einsatz von Uranmunitionen oder von den Rheinwiesenlagern wissen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Aber sehen wir uns dann mal irgendeinen dieser Drecksartikel der Lügenpresse an, finden wir immer das gleiche Muster. Die Stalinnoten seien nicht aufrichtig gemeint gewesen, Adenauer und die Westalliierten hätten richtig gehandelt und heute leben wir im Paradies. Was auch sonst? Die historischen Tatsachen werden also politisch korrekt interpretiert, damit der Besatzungsdeutsche nicht auf falsche Ideen kommt. Aber sehen wir uns die Argumente einmal an. In erster Linie heißt es, es handele sich bei dem Angebot Stalins nur um eine Finte. Ein nicht ernst gemeintes Angebot, das die Westintegration stören sollte. Und da haben wir schon den ersten Trick. Wären die Stalinnoten nur eine Finte gewesen, hätte Stalin also ein wiedervereinigtes, neutrales Deutschland nie ernsthaft in Erwägung gezogen, dann hätten diese Stalinnoten die Westintegration maximal verzögern können. Aber um die Westintegration zu verhindern, dazu mussten sie ernst gemeint sein. Wenn Stalin also unterstellt wird, er wollte die Westintegration sabotieren, kann man dazu nur sagen, natürlich wollte er das, was denn auch sonst. Aber der effektivste Weg, eine Westbindung Deutschlands zu verhindern, war es eben, Deutschland zur Neutralität zu verpflichten. Das nächste Argument lautet dann, Stalins Begehr, ein geeintes, neutrales Deutschland zu schaffen, sei nur ein Trick gewesen, um Deutschland anschließend entweder durch sowjetische Agenten oder auf militärischem Wege doch noch unter seine Furtel zu bekommen. Mal ganz abgesehen davon, dass die westlichen Lügner im Rahmen dieser Argumentation unfreiwillig einräumen müssen, dass das Angebot demnach ernst gemeint gewesen sein muss, ist es natürlich völlig lächerlich, eine mögliche sowjetische militärische Offensive zu unterstellen, wo wir wissen, dass sie schlicht und einfach nie stattgefunden hat. Was es gab, war sowjetische Agententätigkeit im Westen und natürlich westliche Agententätigkeit im Osten. Dass der Westen allerdings ein Profi darin ist, fremde Länder zu infiltrieren und durch Agententätigkeit unmerklich unter seinen Einfluss zu bringen, das verschweigen wir natürlich wohlweislich. Natürlich würden sich in einem vereinten, neutralen Deutschland Agenten beider Seiten getummelt haben mit dem Versuch, Deutschland im Sinne des jeweiligen Blocks zu beeinflussen. Das Risiko wäre also auf beiden Seiten ausgewogen gewesen und insofern kann dies kein Argument gegen eine Wiedervereinigung sein. Außer natürlich, man definiert den Westen als selbstloses Gebilde der Ehrlichkeit, Freiheit und Gutmütigkeit, der zu edel ist, um Selbstagenten ins Feld zu führen, die den gefährlichen und heimtückischen Sowjets die Stirn bieten könnten. Dann natürlich schon. Und zu guter Letzt ist es natürlich so, dass wenn der Westen auf dieses angeblich nicht ernst gemeinte Angebot eingegangen wäre, Stalin mit Leichtigkeit als Lügner und Betrüger hätte bloßgestellt werden können. Warum sollte Stalin das Risiko eingehen, für ein im Grunde nutzloses Störmanöver, sein Prestige zu schädigen? Und warum sollte sich der Westen wiederum eine solch hervorragende Gelegenheit entgehen lassen, sein Prestige zu schädigen? Aber lassen wir doch mal Stalin beiseite und lassen wir die Sowjetunion beiseite. Denn beide sind Geschichte. Und ob ihre Absichten redlich waren, ist insofern letztendlich nur noch eine historische Frage, hat aber für das Hier und Jetzt keine Relevanz. Aber ob die Westalliierten redliche Absichten hatten, das hat Relevanz für das Hier und Jetzt. Denn sie sind die gleichen geblieben. Und wer 1952 noch keine Zweifel an der Redlichkeit der Westalliierten hatte, der hätte sie spätestens Anfang der 90er bekommen müssen. Stalin war längst weg, die Sowjetunion war zerfallen und die letzten russischen Soldaten zogen aus Deutschland ab. Und da wäre doch der Zeitpunkt gewesen, auch alle Westalliierten Truppen abzuziehen. Es gab keine sowjetische Bedrohung mehr, weder für Deutschland noch für den Westen als Ganzes. Aber die Westalliierten sind geblieben und haben damit endgültig die Maske fallen gelassen. Sie hatten nie vor zu gehen, ob nun ein halbes oder ein ganzes Deutschland. Stalin hin oder her, Sowjetunion hin oder her. Das war dem Westen alles einerlei. Von Anfang an. Die Machtclicke, unter deren Fuchtel sich die Vereinigten Staaten befinden, beschloss 1941 nicht, sich gegen Japan zu verteidigen oder Europa zu befreien, sondern zu einem Welteroberungsfeldzug anzutreten. Und diesen ziehen sie konsequent durch. Bis heute. Und im Rahmen dieses Welteroberungsfeldzugs war ein neutrales Deutschland natürlich nie vorgesehen. Eine Vereinigung von BRD und DDR? Ja, aber nur, wenn am Ende beide unter Fuchtel der USA stehen. So wollte es auch Adenauer. Aber bitte kein neutrales Deutschland, das eine eigene Wirtschaftspolitik betreiben kann, das nicht von einer Zentralbank und ihrem Falschgeld abhängig ist, das nicht vom US-Dollar abhängig ist, dessen Truppen nicht für amerikanische Interessen eingesetzt werden können, auf dessen Territorium sich keine amerikanischen Stützpunkte und Atomwaffen befinden dürfen, dass kein gegen Russland gerichtetes Bündnis mit den USA eingehen darf und das, was am allerschlimmsten sein würde, eine Alternative vorleben könnte zu NATO und EU, das einen aufrichtigen Standpunkt in der Welt vertreten könnte und das andere Völker auf dumme Ideen bringen könnte. Das alles wäre für das angloamerikanische Establishment der Super-GAU gewesen, aber für uns und viele andere Völker wäre es die Erlösung gewesen. Vom Westen haben wir nichts zu erwarten, außer, dass wir noch eine Weile vegetieren dürfen, wenn wir gehorchen. Wenn irgendwo guter Wille und der Wunsch nach gemeinschaftlicher, gleichberechtigter Kooperation zu finden ist, dann im Osten und damit lasst uns auseinander gehen.